herzlich willkommen die runde ecke und hallo meinung präsentieren meinung pur denn wir haben alle was zu sagen ich denke ihr kennt mich nicht das macht auch nichts doch also gut ich habe kein buch geschrieben ich bin kein journalist ich bin auch kein unternehmer ich stehe hier praktisch als frau die die schnauze gestrichen voll hat von der derzeitigen politik und von den medien ich war mein leben lang völlig unpolitisch ich habe jeden abend brav die nachrichten geschaut und das war's und das was klaus kleber abends in den nachrichten gesagt hat das habe ich geglaubt asche auf mein haupt irgendwann habe ich gemerkt hier stimmt was nicht ich habe nach rechts geguckt und nach links geguckt und dann dachte ich mir jedes mal wenn ich in der stadt unterwegs war da stehen auf einmal so viele rentner an den abfalleimern ja die holen keine pfandflaschen raus die holen essensreste raus bedeutet das in würde altern das ist nicht mein deutschland ich habe mir angeschaut wie die mieten hier gerade im rhein-main-gebiet rasant steigen und ich habe mitbekommen dass wir hier über 3000 wohnungslose allein in frankfurt haben nur hier in frankfurt und auch da kann ich nur sagen wie kann das sein wir leben hier in deutschland es ist eine riesengroße schweinerei dass die politik hier nicht rangeht und irgendwas fürs volk tut und das sind nämlich wir ich habe mir gedacht du musst jetzt aktiv werden irgendwas muss passieren und dann habe ich einfach auch mal spontan eine protestbewegung gegründet der name der war für mich ziemlich einfach ich dachte mir wir sind das volk und wir sind viel mehr als diese 709 abgeordneten da in berlin die uns dominieren die sich selbst bereichern mit jährlichen diätenerhöhung und denen es im grunde genommen scheißegal ist was mit uns ist ich hatte erstmal die facebook gruppe gegründet wir sind viel mehr und auch eine seite wir haben jetzt mittlerweile 5100 abonnenten das ist zwar nicht so viel wie hallo meinung aber ich freue mich trotzdem riesig drüber dass wir immer mehr werden und ich habe mir gedacht ich habe viele leute kennengelernt durch diese gruppe und habe eben auch viele schicksale erfahren und ja ich habe mir gedacht das nutzt nichts wenn wir nur im internet bleiben wir müssen raus wir müssen auf die straße meine vision war wir gehen auf die straße die politik hört uns geht schlecht und es wird sich was ändern dann nahm das drama sein lauf und davon möchte ich heute erzählen wir waren noch nicht das erste mal auf der straße da haben städtische bündnisse und ich möchte euch jetzt mal erklären was städtische bündnisse in deutschland sind städtische bündnisse da sind die parteien drin da haben wir die linken drin da haben wir die spd drin da haben wir die grünen drin da haben wir die fdp drin da haben wir die cdu drin und da haben wir auch die gewerkschaften drin ver.di und der dgb ja die haben gegen uns mobil gemacht weil im bürgerprotest das geht gar nicht und schon gar nicht in der linksgrünen stadt wie wiesbaden also bevor wir überhaupt auf der straße waren waren wir schon die braunen umtriebe im gelben westen ja das war schon ziemlich übel und für mich sehr unverständlich weil unsere themen waren altersarmut die besteuerung der rente die wohnungsnot der mietwucher das dieselfahrverbot wir sind auch gegen artikel 13 auf die straße gegangen das war ja der regierung auch völlig scheiße egal ja 4,7 unterschriften gegen artikel 13 und trotzdem wird es beschlossen die machen ja was sie wollen und ja wir wollten also auf die straße gehen und diese bündnisse haben es fertig gebracht und haben gefälschte nachrichtenverläufe in umlauf gebracht also nachrichtenverläufe die es gar nicht gab die uns in rassistischen hintergrund attestieren sollten ja die hat es nicht gegeben oder bilder wo sie irgendwas drunter gefriemelt haben diese manipuliert haben um uns zu attestieren dass wir rechtsradikale gelbwesten sind ja wir standen dann in wiesbaden auf der straße und ja das war schon ziemlich heftig weil genau diese parteien ja diese parteien standen vereint mit verdi und mit dem dgb und dem schwarz vermummten schläger trupp von der antifa auf der straße und haben uns angegangen und angeschrien da standen also menschen rentner mit rollator im rollstuhl gehbehinderte ja die für ein alter in würde auf der straße stehen und gegen die altersarmut sind ja da standen menschen mit migration sind der grund standen sogar familien mit ihren kindern da und was machen diese parteien gemeinsam mit den gewerkschaften die standen uns im weg und haben gebrüllt Nazis raus es gibt kein recht auf nazi propaganda volkstod die deutsche rasse soll verrecken und anderen mist das muss man sich mal vorstellen das ist unsere politik ja dafür steht die politik da standen keine nazis die ganze zeit standen da keine nazis und die presse hat in die gleiche kerbe gehauen es ist eigentlich unvorstellbar ich muss wirklich sagen wenn ich darüber nachdenke komme ich eigentlich aus dem kopfschüttel nicht mehr raus ich müsste ein hws schleudertrauma haben von diesem irrsinn wirklich ist es wahnsinn die haben es also fertig gebracht und haben nicht mehr die themen behandelt die wir auf unseren demonstrationen angesprochen haben die problematik nein die haben sich einzelne teilnehmer rausgepickt über die auch irgendein bashing in der presse gelaufen ist die waren vermutlich auch nicht rechts das wurde genauso behauptet wie von uns behauptet wurde dass wir rechts sind wobei ich sagen muss rechts ist für mich völlig legitim das ist eine politische ausrichtung ebenfalls wie links das ist völlig in ordnung das wird erst kritisch wenn extrem oder radikal dazu kommt die haben uns also anhand von diesen teilnehmern hat die presse ja die regionalpresse in wiesbaden und auch die frankfurter regionalpresse hat uns praktisch fertig gemacht diffamiert und verleumdet auf übelste art und weise und ich muss euch sagen mich mit klarnamen ein stinknormaler bürger der sein leben lang sich an die regeln gehalten hat nie mit dem gesetz in konflikt gekommen ist ja ist mit klarnamen von dieser presse zerrissen worden währenddessen währenddessen der mörder von susanna felschmann genau von der gleichen presse ali b genannt wurde das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen ja mit welchem maß hier gemessen wird ja und dass du praktisch fertig gemacht wirst wenn du für soziale gerechtigkeit auf die straße gehst und ein mörder personenschutz hat es ist ein unding genau und so läuft das hier ab bei uns war es dann so dass viele teilnehmer unsere unsere teilnehmerzahlen sind zurückgegangen und zwar genau aus dem grund ja also diese schwarz vermummten sind auf unsere teilnehmer losgegangen sie haben draufgeschlagen sie haben sie nach den demos verfolgt und bei der letzten demo die wir die wir im letzten jahr hatten war sogar so dass die polizei mit hunden da war die polizei war nicht mit hunden da weil wir die gefährlichen sind sondern weil die wiesbadener bündnisse mit dem schlägertrupp der antifa auf der anderen seite stand und so läuft das hier ab ja man kann sich das nicht vorstellen und viele leute wissen das nicht die lesen die zeitung zu hause und dann sehen sie die gelbwesten die sind aber rechts da gehen wir mal besser nicht hin und so unterdrücke ich jede form von protest so läuft das ab bei uns ja und das ist auch kein wunder weil wir wenn wir uns mal anschauen ja wie die die antifa zeichen im deutschen bundestag rein und raus getragen werden da wundert mich hier nichts mehr bin ich noch gut in der zeit zwei minuten habe ich noch ich habe dir gesagt ich brauche 15 aber ich halte mich kurz ich möchte euch einfach sagen also ich ich für mich ja habe einfach festgestellt der protest ja den wir machen der ist wichtig aber wir können nicht allein an der front stehen wir müssen uns vernetzen und da finde ich ist hallo meinung eine prima plattform und deswegen bin ich auch von anfang an begeistert gewesen als der peter damit anfangen er war ja schon vor der gründung von hallo meinung bei mir auf der seite und sagte hey ich finde das gut was ihr macht das ist richtig geil peter das was du machst ist auch richtig geil und wichtig ich möchte euch alle bitten auch die zuschauer da draußen schließt euch hallo meinung an denn ich werde in wiesbaden mit 100 bis 200 teilnehmern werde ich diese politik nicht ändern und es wird vielen anderen bündnissen auch so gehen wenn wir aber mit gebündelter kraft alle zusammen gegen diesen irrsinn vorgehen dann schaffen wir das auf jeden fall und wir müssen das hinkriegen ansonsten haben wir hier ein riesengroßes problem ich bin jetzt praktisch schon am ende ich möchte nicht überziehen ich habe jetzt ein bisschen was gestrichen patrick das war's ich bedanke mich bei euch liebe sandra du und nervös also wenn sie das nicht weltklasse gemacht hat meine lieben damen und herren liebe zuschauer im netz ich bin beeindruckt sandra es ist wirklich so was du vorgetragen hast und jeder der dich der deine einstellung mit dem nazitum in verbindung bringt der muss sich auf seinen geisteszustand untersuchen lassen meine damen und herren applaus 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 applaus